Ähm, ein grafisches Highlight und im Prinzip sowas wie Gothic, würde ich ganz grob sagen. Obwohl, Gothic war, glaube ich, nur First Person, oder? Äh, du bist auf jeden Fall Third Person, kannst hier so ein bisschen Kampf machen mit Links- und Rechtsklick, so Action-Kampf und im Prinzip ein Rollenspiel. Ich muss auch immer noch einen Kampf machen. Äh, so. So. Ich will noch weiter leben. Bist du immer noch sick? Ja, ich hab noch nicht gekotzt, ich brauche Essen. Ja, wow. Lass mal hier im Krankenhaus gucken. Soll ich hier draußen noch nicht warten? Ne, ne, achso, du siehst ja nichts, ne? Oh, fuck. Steff, Wax, helf mir doch mal, was machen wir denn dagegen? Oh, Gothic kennst du nicht? Eie, dann wird schwie... Ich kann nicht um mich laufen. What? What? Wo ist der Befehl für Kinnlade runter? What? Ist das... Hä? Ich hab noch gesagt, aufpassen, dann läuft der mir voll in den Schlag dran. Er sieht doch nix. Wir haben so gekämpft. Wir haben so gekämpft um ihm. Wie konntest du? Und jetzt ist es noch... ... Jetzt ist es noch nicht 하겠습니다.